Jindo Berg, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog, heute Abschlussfeier vom FC und Breite 3. Ekelhafter, Vollsuff, Grillen und so, wie man sich das vorstellt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Vlog. Ich glaube Vlog Nummer 31, also heute werden 31er geballert. Viel Spaß. Chef, haben wir ein paar Reihen hier. Ich mache Video. Der Master hier, mit Kapitänswinde. Kapitän von einem Breite 3, man kennt ihn. Hauptsache Bier schmeckt, ne? Bier schmeckt heute wieder sensationell gut. Aber tatsächlich gleich auch mal wieder umschwenken auf Barkar, die Cola, denke ich. Mal zeigen, woher man kommt. Um 14 Uhr ist Sommerzeit, ne? Ja, es ist wieder kurz vor 4. Kurz vor 4, okay. Kurz vor 4, kein Bier. Ja, letztes, letztes. Dodo, was ist da los, Dodo? Dodo aus dem Ballon. Dodo, oah! Mach mal was lustiges. Reicht doch so, oder? Ja, mach mal. Links hatte ich es nicht jetzt erst einmal, aber ich bin da wirklich, ich bin hochgesprungen und genau in diesem Loch auf die Kante da. Der einzige Sportstudent unter uns hier. Das ist es! Das ist es! Guck mal, diese, diese zwei Jungs hier. Diese zwei Jungs. Was für drei, ich rede von zwei Jungs. Ist das ein Junge in einem? Diese zwei Jungs werden heute so, die werden vernichtet. Guck mal. Dieses Team, heute Verliererteam. Die werden vernichtet heute. Der Scream sagt auch. Der ist viel, alle minus eins. Der Mann musste von zehn Treffern drei Treffen. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Eine ganze Runde, Digga. Haha, ja. So, auf jeden Fall. Boah. Ich bin nicht der Meinung, dass die dritte Herren das wesentlich besser kann, als die ganzen Schmutzmenschen, die übrigens meine Freunde sind. Und ich glaube, wir kriegen das wesentlich besser hin. Los zu kommen, Junge. Wir sind bereit. Ein Grabstein! Ein Grabstein! Und ein Mausoleum! Und ein Mausoleum! Auf dem geschriebenen steht! Auf dem geschriebenen steht! Mit Brotstift! Mit Brotstift! In gelb-roter Farbe! In gelb-roter Farbe! Ole, 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 Ole! Ole, 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 Ole! Ole, FCD, Ole, Ole! Ole, FCD, FCD, Ole, Ole, Ole! Alter, ich glaub, ich hab morgen Muskelkater am rechten Bein. Haha, guck mal, wie humbild. Erst auf dem Start. Erst auf dem Start. Wichtig. Richtig. Auch mal ein Beiberuf. Oh, man Kackebein im Sob. Ich schwör's euch. Sehr wichtig. Auch mal Flanky-Boll spielen. Aggressiven Flanky-Boll. Und? wie spielen die gerade funky ball ausbaut die amateure richtig dreht ja ist ready macht immer geil jetzt eine sache für die abonnenten jedes getränk was sie nicht getrunken habt ist ein fehler richtig und richtig